Liebe Schüler, werte Eltern, werte Kollegen, mein Name ist Henri Lenachs. Ich habe an der Universität Lüttich mathematische Wissenschaften studiert und unterrichte diese seit 1986. Seit 1992 am Cäsar-Frank-Atheneum in Kelmis. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr feststellen, dass ich die Präsentationen aller Mathe-Tutorials in GeoGebra erstellt habe. Jetzt folgt eine kleine Einleitung in dieses weltweit bekannte Programm. Wenn man GeoGebra zum ersten Mal öffnet, so präsentiert es sich mit diesen zwei Fenstern. Das Algebra-Fenster und das Grafik-Fenster, das Geometrie-Fenster. Daher der Name GeoGebra von Geometrie und Algebra. In GeoGebra kann man auch weitere Fenster öffnen. Das macht man unter Ansicht. Ich klicke drauf, klick und wählt dann zum Beispiel hier Tabelle. Ich klicke drauf, klick und sofort erscheint hier das Tabellenfenster von GeoGebra. Das Zellen enthält, ähnlich wie Excel. Man kann sogar ein 3D-Fenster öffnen. GeoGebra kann effektiv in drei Dimensionen zeichnen. Das ist ganz große Klasse. Für die heutigen Zwecke brauchen wir aber weder das 3D-Fenster noch das Tabellenfenster. Hier brauchen wir auch dieses Gitter nicht und auch die Achsen nicht. Die kann man zum Beispiel da wegschalten. Ich schalte die Achsen weg. So wie auch das Gitter. Die zwei Fenster in dieser Form reichen für die heutigen Zwecke. Wir möchten jetzt ein Dreieck konstruieren. Dazu wählen wir hier diesen Befehl, Vieleck. Ich klicke drauf, klick und so entsteht dort ein blauer Rahmen. An diesem blauen Rahmen ist zu erkennen, dass dieser Befehl aktiviert ist. Jetzt fahre ich irgendwo auf dem Zeichenfeld her, klicke zum Beispiel da, klick und sofort ist der Punkt A entstanden. Ich ziehe und klicke hier, so entsteht der Punkt B. Ich ziehe und klicke und jetzt muss ich zurückfahren zum Punkt A, auf den ich jetzt wieder klicke, klick und so entsteht dieses Dreieck und im Algebrafenster die entsprechenden Rechnungen. Um den Befehl zu deaktivieren, fährt man immer auf diesen Pfeil, bewege und klick drauf. Klick. Das kann man auch durch die Escape-Taste auf der Tastatur erreichen. Jetzt möchten wir den Umkreis von diesem Dreieck konstruieren. Dazu gehen wir in diese Kategorie Kreis und erkennen hier sämtliche Befehle bezüglich eines Kreises. Hier wählen wir natürlich diesen Befehl Kreis durch drei Punkte. Ich aktiviere den Befehl, indem ich hier klicke, klick und hier oben steht dann, was jetzt zu tun ist. Wir müssen natürlich die drei Punkte A, B und C anklicken. Das tue ich jetzt auch. Ich klicke auf A, klick, ich klicke auf B, klick und ich klicke noch auf C, klick und hier ist der gewünschte Umkreis. Jetzt suchen wir das Zentrum, den Mittelpunkt von diesem Kreis. Das ist ein Punkt. Deshalb fahren wir zur Kategorie Punkt, parken dann zuerst auf dieses kleine Dreieck, das dann rot wird und klicken darauf. So erscheinen alle Befehle bezüglich eines Punktes. Wir suchen hier den Mittelpunkt von dem Kreis. Also aktivieren wir den Befehl durch draufklicken, klick. Der Befehl ist jetzt aktiv und jetzt wählen wir einfach den Kreis aus. Ich klicke auf Kreis, klick und so ist der Mittelpunkt von dem Kreis entstanden. Wir deaktivieren den Befehl wieder durch, bewege, klick und jetzt kommt es. Ich fahre jetzt den Punkt A über dieses Feld. Das heißt, ich ziehe den Punkt A und wir sehen hier, dass der Umkreis, so wie auch das Zentrum von dem Umkreis, dementsprechend mitfahren. Sie bewegen sich mit. Also sind all diese Objekte miteinander verknüpft. Und dieses Mitbewegen dieser verknüpften Objekte, das nennt man die dynamische Mathematik. Wir konstruieren jetzt noch die drei Höhen von dem Dreieck ABC. Dazu wählen wir diesen Befehl aus. Ich aktiviere ihn durch draufklicken, klick. Jetzt klicken wir auf A und auf die gegenüberliegende Seite. So entsteht sofort die erste Höhe. Der Befehl ist immer noch aktiv. Also klicke ich jetzt auf B, klick und auf die gegenüberliegende Seite, klick. Dasselbe machen wir für C, klick und die gegenüberliegende Seite, klick. Und voller Freude stellen wir fest, dass die drei Höhen sich in einem selben Punkt schneiden, was wir aus dem Mathematikunterricht wissen. Ich deaktiviere den Befehl wieder durch Bewege, klick. Der Befehl ist jetzt deaktiviert. Jetzt konstruieren wir oder zeigen wir diesen Schnittpunkt. Das ist ein Punkt. Deshalb gehen wir hier auf Kategorie Punkt, rotes Dreieck, klick. Wir suchen hier den Schnittpunkt von zwei Höhen. Also aktiviere ich den Befehl, Schnittpunkt, klick. Wir suchen zum Beispiel den Schnittpunkt der Höhe F, klick und der Höhe G, klick. Da entsteht er, dieser Schnittpunkt E. Wir deaktivieren den Befehl. Jetzt bewegen wir nochmal den Punkt A und stellen fest, dass der Punkt E sich dementsprechend mitbewegt. Nehmen wir einmal an, wir bräuchten jetzt die drei Höhen nicht mehr, sondern nur diesen Punkt E. Dann kann man diese drei Höhen einfach ausblenden. Das kann man hier zum Beispiel im Algebrafenster machen. Hier sind die drei Höhen F, G und H. Alle Objekte sind versehen mit einem blauen Punkt. Wenn ich hier auf den blauen Punkt für F klicke, klick, dann sehen wir, dass die Höhe F ausgeblendet wurde. Sie ist nicht gelöscht, sie ist nur ausgeblendet. Ich blende sie nochmal ein, so, und mache jetzt einen Rechtsklick auf diese Höhe, Rechtsklick, und wähle hier Löschen. Löschen. Jetzt ist diese Höhe F gelöscht. Sie ist auch hier nicht mehr zu finden. Aber jetzt ist der Punkt E mit gelöscht. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich bräuchte den Punkt E noch. Also machen wir diesen Befehl Löschen rückgängig. Das kann man hier oben durch diesen Pfeil rückgängig. Jetzt sind die drei Höhen nicht mehr zu sehen, aber ihr Schnittpunkt ist immer noch zu erkennen. Der heißt hier E. Ich würde ihn gerne umbenennen. Den Schnittpunkt von drei Höhen nennt man auch das Orthozentrum des Dreiecks. Deshalb werde ich ihn umbenennen in O. Das kann man durch Rechtsklick, ich klicke rechts, Rechtsklick, und wähle hier Umbenennen. Klick. In dem Fall gebe ich jetzt den Buchstaben O ein. So. Und tippe auf OK. Klick. Jetzt heißt der Punkt O. Man kann sämtliche Eigenschaften von diesem Punkt verändern. Ich möchte zum Beispiel seine Farbe ändern. Dann mache ich auf diesen Punkt wieder ein Rechtsklick. Klick. Und im Kontextmenü wähle ich Eigenschaften. Klick. Und hier kann ich dann die Farbe von diesem Punkt O verändern. Ich wähle zum Beispiel Grün. Schließe jetzt wieder dieses Fenster. Und jetzt ist der Punkt O effektiv in Grün gezeichnet. Und im Algebra-Fenster ist er auch in Grün geschrieben. Das waren erste Erklärungen zu dieser App GeoGebra. Und diese Erklärungen müssten reichen, damit ihr die folgende Aufgabe lösen könnt. In einem beliebigen Dreieck haben drei der folgenden Punkte eine gemeinsame Eigenschaft. Der Schwerpunkt, das Orthozentrum, das Zentrum des Umkreises und das Zentrum des Innenkreises. Frage. Um welche Eigenschaft handelt es sich? Und welche sind diese drei Punkte? Wer findet das heraus? Ich wünsche viel Spaß mit GeoGebra.